Oben dran. 19. März 2012. Heute mit dabei als Stargast Christian. Seit längerem das erste Mal. Wir werden schauen, ob er den Fösen noch kennt. Ob der Fösen mich noch kennt. Er hat aber den Vorteil, dass das Hallenklettern nicht gehabt hat. Das heißt, in Wirklichkeit ist er jetzt wahrscheinlich besser wie wir. Am Einstieg. Neuigkeiten werden ausgetauscht. Noch ist es trocken. Wetterprognosen sind mäßig gut, aber es wird schon klappen. Weit ist sie nicht. Haas wird sie nicht werden. Wirklichkeit. 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 Da mit Hoh. Doe mit Hoh. Kohlschelle. Danke. Da oben hätten wir schon wieder in Stande. Den Neymar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die gehen ein bisschen streng, finde ich, findest du nicht? Schaut euch die schönen Blumen hier einmal. Die gehen ein bisschen streng, finde ich, findest du nicht? Die gehen ein bisschen streng. 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 Die gehen ein bisschen streng.